Die Festung, die wir am Vorposten sahen, ist direkt voraus, Chief. Die Schanze der Spaltung. Ich empfange mehrere UNSC-Signaturen aus dem Inneren. Ich habe es satt, mich von dir rumschubsen zu lassen. Das kann nicht funktionieren. Warum hat mich keiner gesehen? Und was wenn doch? Aber natürlich, natürlich haben sie das. Ich muss weg, verschwinden. Mein Nachtanbruch, nachts ist besser. Ich kann sie nicht aufgeben, aber retten auch nicht. Rauszukommen war schon schwer genug. Wie soll ich da bloß? Okay. Schritt eins. Die Fässer hin. Okay. Sollte Schritt eins schon überdenken. Schritt eins. Schritt eins. Schritt eins. Schritt eins. An alle Truppen! Findet und erledigt den Spaten! An alle Truppen! Das ist nicht der Feige, Mensch. Nein, ich werde dich zufrieden. Hier kommt was? Diese dreckigen Angol-Leichen verunstalten das Schlachtfeld. Scheint ihr Zeche zu zahlen, ihr Alien-Bastarde. Und eine Zeit. Diese Waffen sind auf dich kalibriert. Es gibt keine Zeit. Einstichlich in der Schanze der Speichels. Ich werde hören, wie deine Rüstung zerbärst. Schwächling. Davor wird mich deine Rüstung. Du bist gejagt und in Stücke gerissen. Ich treib den Feigling raus. Das wird ihn zerfetzen. Der Kopf des Spaten ist Deuzex bei mir. Wir stehen unter den Schuss. Schief, ich wusste das. Hab die Hoffnung nie aufgegeben, ey. Zeig mir. Vollend, Schwarze. Verträg dich den Außenkosten. Die Schanze wird nicht fallen. Er versteckt sich bestand nah. Treib ihn raus. Spaten, bitte helfen Sie uns doch. Oh Gott, tut das gut, sich zu strecken. Die Menschen sind frei. Tröten Sie alle. Hör auf zum Jammantro. Bis zum nächsten. Hör auf zum Jammantro. Achtung! Achtung! Noch bin ich nicht tot, Kommandantro. Schreckt euch gefälligst mehr an. Unter schenken, du spaten nicht. Ja. In der Schanze. Ja. Da kommt es weiter zum Schämen. Ops. Schaft wird zugesichtet! Eine K-Kombinette dich nicht! Verpackt! Verpackt! Tötet den Schakal! Kanton! Ich bin rein! Und findet ihn! Er hat Angst! Er hat Angst! Das nennen die Menschen Kampf? Erwerblich! Er verschenkt sich wieder! Hey, G! Lass mich raus! Die Fesseln haben versagt! Aufgepasst! Mehr Verstärkung im Anmarsch! Wer? Wer? Verlichtet den Zwarten! Ich halte ihn dir aus! Ach! Zweifel! Kämpf weiter! Wir reißen ihm die Glieder raus! Weiter zu ziehen! Wie kommt ihr so schnell entlang? Ach Gott, die Nader der Bitterlint C-Kader. Ach, Gott. Sie sind in der Zahn. 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 Nehmt diese Rüstung ab und klebschen wie ein Krieger. Weitringt! Alle festhalten, bunter Bischof! Achtsam! Sehr schön! Unter dieser Rüstung, der kann das alles! Seid das! Sie freut den Lernacht, Schief! Diese Waffen sind auf dich kalibriert. Es gibt keinen Kommen. Vor der Feuerkraft der Verwandten gibt es kein Versteck. Findet einen Weg um ihn herum! Wie ich es wohl! Steht nicht bloß rum, während er die Gefangenen befreit, umkämpft! Da ist noch ein letztes UNSC-Signal in der zentralen Haftanlage. Schwer bewacht. Ach, ihr dürft nichts Wasser! Achtung! Schwer du Militats! Ein Fenster! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Der dumme Spahn hat er nicht losgehört. Ich bin voll von uns verkehrt, wir haben hier ja jetzt. Ohn für mich, Seekredi-Verband. Dieser Kampf bringt mein... Ich bin voll von uns verkehrt. Ich bin voll von uns verkehrt. Nicht gut! Dich nehm' ich mit! Granate! Deckel! Schmerzen gehört mir! Fühl' mich gut und stolz! Fühl' mich gut und stolz! Jetzt zu unserem Freund. Diese Konsole ist mit dem Käfig verbunden. Alles klar Marine? Ja, jetzt schon. Chief, behielten Sie für tot. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.